Hallo Freunde, Chris Arthur von SWISS GFHD hier und heute wieder mal mit einem Wadger Match und zwar geht es heute um ziemlich viel wir gehen aber zuerst noch in den Shop hinein weil wir haben hier ein Gratis Pack weil ich noch Pokal gespielt habe gerade vorhin in diesem Eck also ein Excellent Pokal das kann ich ziemlich teils zu Wortspielen oh ich habe Jack im Pack den könnte ich eigentlich in die Mannschaft hineinrücken aber behalten mal ihn im Verein so wir haben das Pack geöffnet wir gehen hier gleich mal aufs Transfer wir sollten in der Zwischenzeit einen Tauschangebot bekommen haben ich hoffe es zumindest keine Tauschangebote vorhanden also sehen wir uns gleich wieder so wir sind zurück wir hatten ein paar Probleme jetzt nehmen wir hier 100.000 Coins ist on the line ja 100.000 oh mein Gott also ich darf das Angebot noch nicht annehmen ich glaube ich habe ihn nicht gewonnen aber 100.000 Coins sind auf dem Spiel ihr seht ich habe genau 100.000 ich kann euch nicht mit einem Skillteam antreten so mit dem gehts los so wir sind ready er ist auch ready wir nehmen die Tottenham Trikots ja wir nehmen die Tottenham Trikots dann sind wir gar nicht komplett ich weiss gar nicht wo wir sind scheiss egal wir schauen nicht wir haben in der letzten Folge wir haben in der letzten Folge jetzt gilt es ernst 100.000 Coins oh nein scheiss wet team bully team ich bin scheiss bully team aber nein ich habe eigentlich nichts gegen Bundesliga wenn ich spiele es ist das einzige Problem mit dem ich habe A Bomby also es ist so eine Nutze aber ich hasse diesen Hunden ohne nichts ich nie keinen Spieler den ich mehr habe als diesen scheiss Bomby so wir setzen hier noch die Tottenham rein pfff ich fühle mich ein bisschen mit aus so wir können dich konzentrieren so and let's go let's go Blaschikarikowski wird da geschickt nein da kommt die nächste Flanke ich sehe schon was der Gegner 90 Minuten lang macht scheisse man oooh wie mich das aufrekt runter rennt oh scheisse nein runter rennen rein flanken Tore schiessen Lewandowski 2-0 2-0 ich habe es schon gesehen verdammte scheisse man scheisse Kopfhörer manche pisst euch so wir bringen Ronaldo Thiago Silva und Ramos Alter ich bin so am ragen so am fucking ragen man so jetzt Ronaldo natürlich natürlich die Latte wie hätte sie auch anders sein können Alter das Spiel ist schon jetzt geskippt und wir sind erst 16 Minuten drin oh mein fucking god so jetzt bin ich wach jetzt bin ich ready jetzt bin ich ready 19. Minute bin ich ready nach 19 Minuten bin ich ready wie viel steht schon ah ja ich bin schon 2-0 hinten das ist ja schon mal super so jetzt Ronaldo er wird einfach gefault es gibt einfach nichts oh mein gott voll behindert so jetzt aber Ronaldo 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 keine Ahnung Ronaldo yes oh mein fucking hey wie viel chance ich schon wieder gehabt habe oh mein gott oh ey ich bin am ragen ich bin am ragen oh jetzt aber Ronaldo Ronaldo scheiss Ronaldo oh mein gott was für ein Ballverlust ey nein scheiss Lewandowski 45. Minute dann muss einfach ein Tor passieren er macht nur Flanken Mann und dann kassiere ich 45. Minute kassiere ich wieder das Tor das wohl unnötigste Tor auf ganz EA Servern ey er geht nach vorne ihr Hurenzöhne so jetzt Ronaldo er scheiss daneben oh mein gott oh mein gott Lewandowski hat den real blinden Augen zugemacht mein gott ich verliere das Spiel ich sehe es kommen es ist 73. Minute und er geht immer auf den Flügel und wartet da 10 Jahre und dann kommt die scheiss und er gewinnt jedes Kopfballduell Mann vora come on Ronaldo natürlich neuer Heldin come on Ramos team of the year Ramos bringt auch nichts so jetzt aber Ronaldo mein gott 81. Minute 81. Minute 81. Minute ich hätte ich könnte wieder mit so vielen Toren im Vorsprung sein aber diese scheiss Ronaldo hat die Chancen ausgelassen ich glaube es nicht und ich habe Tore kassiert das glaube ich auch nicht ein ein Rückpass oh mein gott habt ihr diesen Rückpass gesehen ein klarer Rückpass Alter willst du mich verarschen das ist einfach mua 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 herausgespielt mua 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 jeder der mich sagt dass das nur Glück gewesen ist das war 100% schön denn das ist einfach 100% schön zum Glück habe ich es nicht verloren oh mein gott jetzt geht es immerhin in die Verlängerung oh mein gott oh mein gott oh mein gott das das 45. Minute Tor war unlogisch das 90. ist ja noch unlogischer holy shit ja geh auf den lobe man scheiße man oh los ja ja Untertitelung des ZDF, 2020